So, jetzt hat er uns eine Frage gestellt, beziehungsweise mehrere Fragen. Wir müssen auf eine bestimmte Frage eine Antwort geben, hier. Ja, nein. Und zwar ist die Frage, auch wenn es etwas verwirrend klingt, ob wir Magie abstoßend finden. Aber nein, das tun wir nicht. So, wir kriegen von ihm die Pyromantie-Flamme, damit könnten wir theoretisch Pyromantie betreiben. Ja, wir können jetzt bei ihm Pyromantie kaufen. Also, Feuerkugel, Eisenfleisch und Feuerball, der fast nichts kostet und auch, wie man sehen kann, weder Ind noch Wille braucht. Also, ja, Pyromantie wird nur durch die Pyromantie-Flamme besser. Die könnten wir hier nämlich verbessern, so wie beim Schmied eben die Waffen. Aber das wollen wir auch nicht machen. Wir reden mal weiter mit ihm. Pyromantie ist die Art of casting fire, produced flame, then channel, just as our ancestors did. The Pyromantie must be in tune with nature herself. My home, the great swamp, is an abundance store of nature. You will understand one day, it only takes time. Ja, Feuer bedeutet nicht nur Verbrennung, sondern auch Leben. Deswegen, mal kurz zur Erklärung. Wir haben ja im Intro gesehen, dass es vier Fürsten gab und jeder Fürst eine besondere Seele bekommen hat. Nito hat die Seele des Todes bekommen, Gwyn die Seele des Lichts. Der Pygmäe, die Seele der Dunkelheit. Und die Hexe von Iserlith, die Seele des Lebens. Also die Chaos-Seele, wie man es nennen möchte. Und Iserlith ist der Ursprung der Pyromantie. So. Also, für mich, Tony Undead, das hat nichts verändert. Ein Pyromantie ist ein Teil seiner eigenen Körper. Eine Pyromantie entwickelt sich direkt mit seiner Erkenntnis. Wenn ich dir diese Pyromantie habe, habe ich dir einen Teil von mir selbst gegeben. Bitte beantworteile sie. Ja, gut. Also, er hat uns einen Teil seines Herzens gegeben, mit dem wir jetzt Pyromantie machen könnten. Theoretisch. Will ich aber erstmal nicht. Erstmal will ich kurz rasten und dann mit ihm hier sprechen. Wie hat dieser alte Mann es zurückgebracht? Ungewöhnlich. Aber ich glaube, dass andere Dinge passiert. Ja. Den alten Mann meint ja den Pyromant. Du wieder? Es gibt nichts, was zu sprechen, wirklich. Oh, eigentlich, etwas strange ist. Was ist passiert? Das Kroo flieh aus mit jemandem in ihren Klettern. Ich glaube, es war ein Mann, mit einem Ball. Stranger Dinge haben passiert, richtig? Nein. Vielleicht nicht. Ja. Also, es ist sicherlich nichts seltses, wenn es passiert, dass das die Kräer jemanden wieder mitgenommen hat. Hm? Blau-Track, der sollte nämlich hier sein. Ah. Du bist sicherlich beschäftigend. Geht ihr, um einen nutzlichen Tipp zu bezahlen? Weil der auch zur Story gehört, ein bisschen. Eine wundere Wahl, in Wahrscheinlichkeit. Maiden Thurland und ihre Follower sind in diesem Land gekommen, aber sie wurde tief unter den Katakomben. Seine Follower wurden entlangt oder wurden in Hohloes reduziert, leaving Maiden Thurland all alone. Ja, jetzt merkt man das erste Mal richtig, dass er kein guter Typ ist, weil er uns den Tipp gibt, dass wir eine unschuldige Klerikerin töten sollen, um an ihre Menschlichkeit zu kommen. Ja, damit würde er wahrscheinlich Petrus da oben meinen. Ja, und er lacht böse. Hm. Du wieder? Was ist es? Ja, und mehr hat uns nichts zu sagen. Okay, dann können wir uns ja wieder auf den Weg machen, beziehungsweise kurz mal mit Petrus reden. Mal gucken, was der uns noch zu sagen hat. Über den Vorfall. Hallo. Oh, hallo da. Habt ihr mit Sir Lutrek gesprochen? Wunderschön. Ja, Petrus ist auch ein Bastard. Und er ist ein bisschen gesprächiger geworden dadurch. Ja, mehr hat uns nichts zu sagen. Gut, er ist also auch ein Bastard. Ja. Gut, wir haben hier noch den Magierlehrling. Der wird uns nichts Neues zu sagen haben, oder? Oh, hallo. Well, you certainly are keeping at it. Myself? I'm fine. Jo. Der hat nichts Neues mehr zu sagen. Also geht es jetzt wieder ab in die Tiefen. Weil dort müssen wir noch einiges erledigen. Komm. Dong. So, das war mein erster Schlag mit meinem Bastardschwert. Und man sieht schon, der Schlag ist ziemlich mächtig. Bum. Also er macht sehr, sehr viel Schaden. So, dicht ballere ich aber mal weg. Ich kümmere mich als nächstes um dich da. Und dann geht es ab hier nach oben. Wieder in das Aquädukt. Hier. Na, das war der Demi, Junge. Treffen solltest du auch lernen. Und man merkt schon auch, auch wenn das Bastardschwert nicht so lang ist wie das Claymore und kein Sticht benutzt, das hat auch eine verdammt hohe Reichweite. Also nichts zu unterschätzen. Deswegen benutze ich das Bastardschwert übrigens ziemlich gerne als Waffe. Auch wenn viele sagen, dass es eigentlich nicht so toll ist wie das Claymore und deswegen nichts taugt. Gut, okay. Hier wollen wir runter. Dem Bogenschützen loswerden. Und weiter rennen. Hier in die Tiefen zurück. So. Hi Jungs. Na, das klappt hier leider nicht. Das klappt aber. Sturzangriff. So. Lündern wir den mal, auch wenn er nur ein zerbrochenes Schwert dabei hat. Weg mit dir. Dir schieße ich in den Kopf. Du hast das leider überlebt. Deswegen Doppelkill. Ja, sehr schön. Au, au. Genau das ist die Attacke, die ich vorhin meinte, die böse sein kann, wenn man nicht aufpasst. So, stirb einfach. Und dann heilen wir uns mal kurz hoch. So. Das, der Ring des bösen Auges hat uns dabei übrigens ein bisschen geholfen. So, dich töten wir einfach mal mit einem normalen Schlag. Das können wir nämlich auch. Und wir kriegen eine Menschlichkeit. So. Ihr haltet auch nur einen Schlag aus. Und ja, ich mag das Bastard-Schwert, das ist der Hammer. Autsch. So, und du da noch. Der schwere Schlag verbraucht zwar immer noch sehr viel Ausdauer, genauso wie beim Claymore. Zwar nicht ganz so viel wie beim Claymore. Aber er tötet wenigstens das meiste mit einem Schlag. So, jetzt hier runter. Den da töten. Und weiter geradeaus. So. Hallo Schleim. Gehe ich, töte ich. So, weg mit dir. Und mit den anderen auch. Ja, hier muss ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger bleiben. Und ein paar graue Brockenfarmen. Auch wenn das eine Weile dauern kann, wenn die Schleime nix droppen. So, komm her. So. So. Ja. Komm, stirb. Sehr gut. Und kein einziger grauer Brocken, hm? Also, keine einzige Scherbe. Okay. Dann werde ich jetzt mal hier ans Leuchtfeuer gehen. Er ist endlich entzünden. Rasten und aufsteigen. Und zwar hauptsächlich in, ja, Stärke und nochmal Stärke. So. Das wird etwas mehr Schaden machen. Gut. Das Farben hier. Wir brauchen ja mehrere Scherben. Acht Stück, um genau zu sein. Das werde ich jetzt mal Zeitraffern. Also, sehen wir uns gleich wieder. Also, sehen wir uns gleich sechsmalig. Dann geht's noch mit. Dann geht's. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.